Wie sieht so die optimale Entgiftungsfunktion im Körper aus, wenn du sagst, okay, ist alles top? Das wäre jetzt die Frage, woran man es merkt, ob man gut entgiftet. Aber wenn man genau diese Beschwerden alle nicht hat und trotzdem mal irgendwie, also ich finde es so sehr passend, wenn man zum Beispiel Sekt trinkt. Das ist so der Klassik. Ach nee, ich nur einen kleinen Schluck bitte. Warum? Weil die Leute meistens noch nichts gegessen haben, wenn sie Sekt trinken, weil sie den entweder als Aperitif vorweg trinken oder auch dem Empfang entstehen. Und so, dann ist da noch Kohlensäure drin und Kohlensäure bringt den Alkohol schneller ins Blut. Das heißt, wir haben Alkohol und wir haben ihn schnell im Blut und wir sind auch noch nüchtern und gleich haben wir einen Sitzen. Nicht lange, aber schnell. Und das ist so, finde ich, was, woran man schon mal merken kann, ob man gut entgiftet. Was nicht bedeutet, dass man sich immer nur einen hinter die Bünde gießen sollen können muss. Was natürlich auch okay wäre, dann hätte man, also ein Kater zum Beispiel ist halt ein Entgiftungsproblem. Also das kennt, glaube ich, jeder eigentlich, dass man so einen Kater hat. Aber den kann man natürlich auch davon haben, die Kopfschmerzen kann man auch haben, weil irgendwie man den Nachbarn im Fahrstuhl getroffen hat, der gerade frisch sein Rasierwasser aufgetragen hat. Und man geht raus und es wird einem total übel. Und das liegt nicht an der Marke, sondern es liegt an der eigenen Entgiftungsstörung. Also das sind so Hinweise auf eine gute Entgiftungskapazität. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Aber das sind so die typischen, nur liegt man gerade. Es gibt ja so, was unter Entgiftungsstörung zusammengefasst wird, eben die, was viele Zuhörer hier bei Medomio sicher auch kennen, die HPU oder das Erworbene dann, die KPU. Das bedeutet, dass, wenn es erworben ist, dass dann eine zu hohe Anforderung an das Entgiftungssystem, halt das B6 auch in die Knie gegangen ist und dann das Mangan für die Suboxidismutase und das Molybden für die Schwefelentgiftung und das Zink für die Entgiftung überhaupt. Und das gibt es natürlich auch genetisch. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und damit verbunden sind dann auch wieder zig verschiedene andere Symptome. Und die Leute, wenn sie dann immer sagen, ja, ich weiß, was ich habe, ich habe eine HPU. Dann sage ich, ja, und die HPU ist nur ein Teil der Wahrheit. Und eine HPU kommt auch nicht alleine. Eine HPU kommt sehr häufig im Zusammenhang mit einer Folsäureaktivierungsstörung und auch mit einer etwas anderen Genetik in anderen Bereichen. Und das sind so die Patienten, die den größten Teil meines Klientels ausmachen, die eben so diese unspezifischen Symptome auf allen Ebenen haben und denen man dann sagt, ja mein Gott, stellen Sie sich doch nicht so an. Oder ja, das bilden Sie sich nur ein. Und ja, wissen Sie, du hast das alles nur in Ihrem Kopf. Das ist einfach nicht fair. Und sowas ärgert mich auch immer. Und die Leute leiden halt. Und die leiden halt nicht so sehr, dass sie, dass sie gar oder meistens nicht unbedingt so sehr, dass es äußerlich so sichtbar ist, sondern es geht ihm einfach schlecht. Und damit verbunden ist dann auch, ja, die ganzen Gemütsschwankungen, die Depressionen, das Kälteempfinden, die, ja, schnelle Erschöpfbarkeit, die Muskelschmerzen, die Nervenschmerzen, was weiß ich. Das kann ja alles damit zusammenhängen. Also ein guter Entgifter, mit anderen Worten, dem geht's gut. Okay, spannend. Was können die Menschen da draußen jetzt für sich tun, um ihre Entgiftungsleistung zu verbessern? Macht es Sinn, da jetzt einfach mal pauschal alles Mögliche zu diagnostizieren und Laborwerte zu holen? Oder was kannst du den Menschen da draußen als Tipps mitgeben? Also ich möchte jedem mitgeben, sich selber mal wirklich genau anzugucken. Also hat man, ich sage es mal ganz äußerlich. Das eine war ja jetzt mit dem Sekt zum Beispiel und dem Alkohol und so weiter, genau, Prost. Und das andere ist eben, also die äußerlichen Erscheinungen. Habe ich zum Beispiel feste Nägel. Dann, wenn ich feste Fingernägel habe und kleine weißen Flecken auf dem Nägel, oder die Nagelmohne gut zu sehen sind, ist das schon mal ein Zeichen, dass zumindest nicht unbedingt ein Zinkmangel vorliegt. Und sind die Haare kräftig, sind die füllig, sind die weiß natürlich auch, du hast auch keine Haare auf dem Kopf. Das muss, kann auch genetisch sozusagen weitergegeben sein, dass einfach eine Veranlagung ist, dass man die Haare früh verliert. Aber man kann auch gucken, hat man nicht schon auch eine starke Schwermetallbelastung ererbt. Aber vor allem, wenn die Haare sich verändern. Also wenn man sagt, so, boah, die sind irgendwie so, meine, total struppig oder die fallen nur irgendwie dauernd jetzt, aber die fallen dauernd aus und so weiter. Das sind so äußerliche Zeichen. Wenn die Haut dann sehr trocken ist oder was ich auch noch ein sehr wichtiges Zeichen finde, ich habe leider auch eine Entgiftungsstörung. Also das bedeutet, das Abfangen der freien Radikale ist halt nicht ganz so optimal. Und da neigt man dazu, dass man diese, dass quasi die Lysosomen, also unsere Zellen, die auch so ein bisschen den Müll einsammeln, dass die dann zum Teil ein bisschen überfrachtet sind und dass man dann zu diesen typischen Altersflecken neigt. Also wo dann einfach die, also wenn man in die Sonne geht, auch sofort sich Sommersprossen bilden, ist auch schon so ein Zeichen. Ja, das heißt, dann ist man in Rothaarien so. Aber muss man genau hingucken. Das liegt daran, dass halt die Haut nicht mit den vielen freien Radikalen fertig wird, die durch die Sonneneinstrahlung eben entstehen. Kann man übrigens sehr gut mit Wetterkarotin vorbeugen, wenn man es denn verträgt. Und dann kann man sehen, so bei dem fortgeschrittenen Alter, finde ich so ganz klassisch, wenn ich mir den Rücken angucke und ich sehe diese, ja, das sind dann nicht die typischen Altersflecken, die Sie vielleicht auf dem Handrücken so kennen oder im Gesicht kennen oder so diese, die dann so irgendwo sind, sondern es sind, es sieht fast aus, als ob einer so Farbe auf den Rücken gespritzt hätte. Es tropft dann so ab. Und wenn dann der ganze Rücken davon voll ist, das ist so ein Zeichen für wirklich so eine, für Ablagerungen, die halt versucht werden, um die Haut auszuscheiden. Also da sind schon so verschiedene Hinweise, auf der, also äußerlich zu sehen, nach dem man schauen kann. Dann kann man natürlich auch auf den Geruch achten. Also heute war es wieder so, ich hatte einen Patienten, der auch eine Schwierigkeit in der Schwefelentgiftung hatte. Und während wir hier drin saßen, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber als er raus war und meine Mitarbeiterin reinkam, stürmte sie gleich zum Fenster, das Fenster aufgemacht. Und ich so, hast du was gerochen? Und dann sagst du, ja, das riecht dann so ein bisschen muffig. Das liegt dann häufig daran, dass der Schwefel nicht gut entgiftet werden kann. Da kann man unter anderem mit Molybdän nachhelfen. Also Molybdän als Spurentiment, um dann eben den Schwefel besser zu entgiften. Ja, auch gelbe Flecken in den T-Shirts ist auch so ein Versuch, dann den Schwefel loszuwerden. Der Uringeruch spielt eine Rolle. Natürlich auch die anderen Ausgünstungen, auch die, die man, wenn man jedes Mal vom Toilettengang lieber keinen nach sich reinlässt und das Fenster aufreißt, dann ist es auch schon verdächtig, dass da irgendwas gärt und faul. Insofern kann jeder bei sich selber genau diese ganzen Symptome feststellen. Und ich finde es wichtig, einfach Menschen wirklich ernst zu nehmen in der Aussage, ich weiß nicht, was mit mir ist, es stimmt irgendwas nicht. Also wir wissen eigentlich, wenn irgendwas einfach mit uns nicht stimmt, wir wissen nicht genau, was es ist, es stimmt irgendwas nicht. Da muss man nicht gleich Schmerzen haben, oder auch nur wiederholt mal Kopfschmerzen. Das ist auch was, was man gerne loswerden möchte, aber es ist so dieses diffuse, mir geht es einfach nicht gut. Das ist was die Menschen, dann wird natürlich gefragt, was soll ich dann tun? Ja, ja. Hast du da noch drei wertvolle Tipps, die du den Menschen mitgeben kannst, vielleicht Ernährung, Lifestyle oder was sie so vorbeugend schon mal tun können, um da die Entgiftung zu unterstützen? Also man sollte es so sehen, dass man neben diesen ganzen Lifestyle-Geschichten und den vielen Wassertränken, das machst du ja auch sehr gut vor, oder in die Sauna gehen, also alles, was den Stoffwechsel anregt, genug Bewegung und kalt-warm-duschen, die typischen Knapschen-Anwendungen usw. Das ist ja alles so, ja, das läuft ja auf der Lifestyle-Ebene. Aber wenn es mit der Entgiftung halt schon schwierig wird, dann sollte man wirklich gucken, dass man genau diese Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, dass man das hat. Und das ist kein Hokus-Pokus und kein Zauber der Nahrungsergänzungsmittel irgendwie oder sonst wie. Das sind einfach mal die Grundlagen der Biochemie der Zelle. Also wer das negiert und sagt, Nahrungsergänzungsmittel sind schädlich, der hat einfach, der hat es nicht richtig gelernt. Also sorry, wenn ich das sage, da werde ich auch langsam so ein bisschen unwirsch, wenn ich dann höre, Vitamin D ist nur ein Hype. Oder ja, Vitamine können Sie nehmen. Ja, verdammt noch mal, wenn ich eine schwere Erkrankung habe, dann habe ich die, weil es an allen Ecken und Enden fehlt. Also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, also eben die, von denen man so ganz wenig hat, das sind die Spurenelemente und Aminosäuren. Das ist das Programm, was ich am Anfang abnehme, wo man dann schwarz auf weiß gucken kann, wo man anfängt. Natürlich ist eine gesunde Ernährung, keine Frage. Wichtig ist klar, alles, was ich da oben reintue, muss irgendwie verwurstet werden. Unser Körper soll daraus halt die Nährstoffe ziehen. Das muss auch funktionieren. Das muss schon im Magen funktionieren. Das muss im Darm funktionieren. Das muss auf der ganzen Strecke funktionieren. Und wenn ich halt das ganze System stark herausfordere, geht es nicht. Und dann heißt es ja, was kann ich denn so nehmen? Was soll ich denn einnehmen? Ja, vielleicht mal einfach so eben diese Basis. Und natürlich gibt es viele Produkte, die die Entgiftung unterstützen. Aber ich, ja, sowas wie eben Zeolite, Heilerde, Chlorella, Algen rauf und runter. Das sind bindende Substanzen, Brunnenkresse. Da sollte man auch nicht gleich das nehmen, was auch noch möglicherweise wie Bärloch oder Koriander erstmal mobilisiert. Da muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich überhaupt die Basis schaffe, um zu entgiften. Aber ich kann nicht gleich sowas einnehmen, dass mir gleich die ganzen schön abgelagerten Gifte um die Ohren fliegen. Aber natürlich ist das alles gut. Nur ich kriege eine richtige Schwermetalbelastung, kriege ich nicht, mit Chlorelle-Aigen raus. Das habe ich noch nicht erlebt. Also, dann ist sie nicht so stark und ich kann natürlich, wenn ich Fisch gegessen habe, Chlorelle-Aigen hinterhergeben. Dann vermeide ich auch das Schlimmste. Aber, weil halt Fisch, ja, Fisch sehr stark belastet ist mit Schwermetall. Das sehen wir eben. Aber so richtige Schwermetallbelastung, da muss man dann schon ein bisschen anders Kaliber vorlegen. Und das kriegt man gut hin. man kann echt eine ganze Menge machen. Kaliber-Aigen. 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 Vielen Dank.